Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sender 2! Naja, ich bin bald und, ähm... Wir sind fast da! Glaube ich. Wir sind fast da? Den hätte ich jetzt gern. Diesen Stil hätte ich jetzt gern. Schau, aber... Ey, du! Nein, er möchte uns nicht töten. Okay, dann... Dann, ähm, muss ich mir was anderes überlegen. Äh... Ich weiß aber nicht was! Toll! Ähm... Ähm... Was? Okay... Ich war mir nicht ganz sicher. Was das war, aber... Ach, das gibt es doch nicht! Äh... Äh... Das ist, äh... Einiges schwieriger hat im Sinn. So! Ähm... Ich muss mal ganz kurz überlegen... Äh... Was gab es denn da? Ich bin mir eigentlich noch gar nicht mehr... Ich bin mir eigentlich noch gar nicht mehr... ...wisch da! Was ist denn da? Ach, ich hasse diese Zahlen! Das sind die Nerven! Ich werde nerven schon mal. Ja, toll! Jetzt weiß ich jetzt auch wieder, was es hier gab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht richtig... Ja... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Mann. Hör auf, du nervt. Also, wenn das nicht nervt, dann weiß ich es auch nicht. Oh Gott, wie soll ich das machen? Hab schon Schiss. Oh, was? Ähm. Nein. Ich muss den irgendwie hier weglocken. Den anderen. Ist mir egal. Komm. Es gibt es nicht. Ich will durch diese Tür. Ich kann ihn aber... nicht besiegen. Oh mein Gott. Ja. Ich habe die Flöte. Das reicht mir. Boah. Wir haben die Flöte. Gut. Gut. Und gehen wir zurück. Ist mir jetzt egal. Ist mir immer noch egal. Ich bin weg. So, jetzt sind wir hier. Wieder. Ähm. Was? Was ist denn Deutsch? Ähm. Ähm. Ja, äh, hier. Bin ich jetzt über dem Tricht gegangen. Ähm. Nicht so yay. Ah, diese blöden Magie raupenden Teile. Äh. Ah, das... Gibt es nicht. Ich... Bin mir nicht sicher, ob ich... Wird es überhaupt richtig gegangen sein. Ähm. Nein. Ich will dieses... Diesen doofen... ...pallers nicht noch mal... Oh, oh, oh. Ich... Bin krank. Und ich bin falsch gegangen. Schön ist er. Ähm... Und weg. Hier konnte man nicht rumgehen. Ähm... Ja, ich werde das wohl übel machen müssen. Bitte. Ich hasse euch. Okay, nachdenken. Ähm... Wie will ich das hinkriegen? Ich will jetzt hinkriegen. Okay. Aber dieser Schlüssel war wichtig. So war ich speist. Sonst hätte ich den jetzt nicht geholfen. Weil ich versuche logischerweise nur wichtige Sachen zu holen. Und jetzt dürfen wir wieder zurückgehen. Und laufen. Noch weniger Magie. Yay. Das gibt es nicht. Ich habe gar keine Magie. Alles gut. Jetzt muss ich nochmal. Hier rum. Dusch diese Tür. Oh Gott. Und hier runter. Okay. Flammende Wellen. Schön schön Da Ja, ohne Magie ist das alles Ein wenig doof Ähm Aber Aber, aber Wir sind gleich gekommen Äh, da hätte ich jetzt liebend gerne Jump gehabt Obwohl wir jetzt verendet sind Die hat aber gar keine Magie Und das ist ein Hinweis an euch, meine Lieben Ähm Ich wollte gerade sagen Ich wollte die Flöte nicht wirklich spielen Und das ist ein Hinweis an euch, meine Lieben Lieben, liebe Freunde Bitte Haltet euch fern von diesen blöden Gesichtern Und wenn ihr auf EP Jagd seid Haltet euch trotzdem fern Teile tun euch nicht gut Das ist die reinste Knau Aber hey Ich werde jetzt nicht übertreiben, aber Habt ihr gesehen Mit ein bisschen Magie hätte ich den Jump Spare benutzen können Und ich wäre weitergekommen Okay, aber wir machen weiter Oder ja Noch mal Vorne Da 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 Oh So So. Egal. Ich hasse diese Tante. So. Schön. Mit Schwert und Kopf. Ähm, falls ihr drauf treten solltet oder die Chance erhöht ist, dass ihr drauf tretet, macht das so. Okay, nochmal kurz überlegen. Äh. Ich versuche mal ganz kurz. Äh. Ich versuche mal, dass ich hier richtig bin. Ja, ähm. Ich denke schon, dass ich hier richtig bin. Ja. Nein! Oh, ich habe schon gedacht. Ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nein, nein. Feuerlöscher hat Link nicht dabei. Das wäre auch eigentlich zu schön. Äh. Nein. Fragezeichen. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So muss ich auch mal dann hüten. Ach, das ist der Raum, wo die plötzlich vor mir erscheinen. Da! Lalalalalala Lalalalalalalala Dann, ja stimmt, dann, ja, ja. Ähm... So! Auch wunderbar ist das grad gelaufen. Jetzt würde ich einfach nur noch gerne den Jump Spell benutzen. Nein! 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 Okay, egal. Nichts passiert. Ähm... Ja, schön! Weiter so! Hoch, 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 hoch! Noch einmal hoch! Hoora! Juhu! 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 Okay! Komm schon! Komm schon! Du bist mein! Oh yeah! Ja! Und nun, meine lieben Freunde! Mein Name ist Edwig Mann und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play S2 Ja, euer Dissert Bis dahin! Ciao! Ciao!